so harry ist mal wieder unterwegs und mit wem fahre ich wohl natürlich mit der conny einen wunderschönen guten abend so es geht wieder mal ums essen und zwar heute nach san fernando ins asia-haus wir sind eingeladen und da ist die karmen die kim und der frank und da werden wir heute mal was anderes essen also asiatische küche gehört bei uns auf jeden fall dazu mindestens zweimal die woche nicht essen gehen sondern ein zweimal die woche fisch und zweimal pasta und einmal irgendwas anderes so wir fahren jetzt hier wieder richtung riesenrad das asia aus ist was besonderes für alle die er gerne essen gehen möchten und was ausprobieren und zwar es ist ähnlich wie ein buffet aber eine ganz andere art man zahlt einmal pro person 11 euro und 90 die getränke gehen extra und dann bekommt man eine speisekarte das sind ungefähr 100 gerichte drauf ich werde euch das zeigen um was es da geht dann gibt sushi auch ohne fisch mit gemüse ganz ganz lecker und man bestellt sozusagen kleinigkeiten tapas es sind portionen ich schätze mal man müsste sagen sieben portionen braucht man und es wäre ein normales essen getränke natürlich alles was es sonst auch gibt ganz normale zivile preise und da ich ja nicht gerne warte oder mich irgendwo anstelle ist das ideal ihr werdet sehen es ist was anderes es ist also essen a la carte und die sachen die werden dann so wie man sie beschrieben hat oder aufgeschrieben hat man bekommt eine karte und auf der sind alle gerichte mit nummern bezeichnet und dann schreibt man auf einen zettel die nummern die man möchte gibt den zettel ab und damit geht es in die küche und dann kommen die gerichte so wie man sie bestellt hat und man kann beliebig oft beliebig viel also unser tipp man sollte schon ein bisschen hunger mitbringen es ist lecker und vor allen dingen immer gleich gut und es ist also nicht irgendwas vorgekochtes oder was fertiges sicher natürlich einige sachen sind vorbereitet aber es wird dann immer nach der bestellung in der küche gemacht und dann ganz frisch auf ja an den tisch gebracht das bedeutet dass auch die reihenfolge in der man bestellt variieren kann also man müsste daran denken dann jetzt nicht auf die vorspeise zu warten sondern einfach zwei vorspeisen bestellen zwei hauptspeisen das sind kleinigkeiten ihr werdet es sehen wir machen dann natürlich die fotos oder das video wie das dann aussieht aber eine empfehlung auf jeden fall hier in san Fernando so und wer jetzt angst hat wegen der sprache es ist kein problem die meisten gerichte sind bebildet man sieht dann und kann dann natürlich erkennen und weiß von der beschreibung um was es geht also keine angst mal was neues auszuprobieren wir fahren jetzt hier gleich wieder an der baustelle vorbei hier ist ja der king burger die baustelle und dann geht es hier gleich links auf den parkplatz und dann sind wir auch schon fast da so und wir fahren hier auf dem parkplatz am wochenende überhaupt kein problem natürlich hier in san fernando unterhalb von dem älteren einkaufszentrum und da ist auch schon ja die hot volet hier ist die karmen und der frank und die kim so und wir suchen uns jetzt hier einen schönen parkplatz so und hier geht es vom parkplatz direkt vor uns hier ist dieses asia house also es ist jetzt nicht die feinste umgebung aber ich glaube bei guten essen kann man da auch ja leichte abstriche machen ich zeige euch mal wie das hier aussieht weil ich möchte natürlich nicht die menschen hier aufnehmen man kann hier draußen sitzen asia house hier ist die beschreibung und auch auf facebook sind die da und hier geht es innen rein wir machen jetzt aber eine pause so und hier haben wir auch die karte die in den werbeflyer und hier ist die karte also ihr müsst keine angst haben dass ihr da irgendwas nicht seht oder irgendwas nicht versteht es ist alles bebildert und hat eine nummer dabei so und so geht es vonstatten hier hat man einen kugelschreiber einen zettel und die speisekarte und jetzt schreibt man auf was man haben möchte einfach hier die nummern aufschreiben und dann geben wir diesen zettel weiter und dann hoffen wir auf gutes essen so und damit ihr mal genau seht wo wir hier sind das ist das centro kommercial ronda hier in san fernando das ist das neuere zentrum und hier ist das alte zentrum centro kommercial das ist eigentlich das bekannte zentrum was es seit vielen vielen jahren über 30 jahren hier gibt so und hier ist die koni schon bei der arbeit die schreibt hier schon fleißig auf so sieht es dann aus das ist aber nur ein kleiner teil und hier habt ihr die preise die kinder zahlen 6 95 und erwachsene 11 95 es heißt offiziell buffet à la carte so das ist jetzt die erstbestellung so schaut der zettel aus und moment so machen wir das und jetzt geben wir diesen zettel in die küche so und das ist jetzt also die erste lieferung ich sehe da die thailändischen salate dann haben wir hier zweimal suppe ich weiß nicht was haben wir da für suppen das ist mit pilzen ja mit morschen und hier haben wir einmal die ente also noch eine suppe ich mache das jetzt mal damit ihr das auch mal ganz genau seht das ist jetzt sozusagen der erste teil des ersten ganges und wie wir jetzt gerade anfangen zu essen kommt hier so eine kleine sushi platte ich weiß nicht wer das bestellt hat ich nehme an die koni so und hier ist noch mal ente und hier noch mal ente und jetzt essen wir erstmal was so und hier kommt gerade noch einmal Huhn und hier kommen noch die Nudeln dazu so und das ist jetzt der zweite gang oder fast schon der dritte hier haben wir Huhn zweimal Huhn dann haben wir hier Ente noch und noch mal Salat also es sieht alles lecker aus und ich schwenke mal nach zur anderen Seite das war jetzt ein BMW das war der Gruß aus meiner bayerischen Heimat und zwar schwenke ich hier oben hier ist Live Musik also hier kann man auch gut sitzen was trinken hier oben ganz dezente Live Musik die Frau in der blauen kurzen Hose aber jetzt essen wir erstmal was so und die Nachspeisen die muss man sich allerdings holen das ist hier das Eis in allen Variationen und natürlich jetzt ich sage nicht überwältigend und aber das ist hier die Spezialität Conny was ist es so unser Fazit heute hier beim Essen es war gut es war sehr gut wir haben ja einen wunderbaren Abend verbracht und das auch noch preisgünstig also wir können es empfehlen das Asia Haus hier in San Fernando man sitzt hier entweder innen oder hier außen an der Straße direkt und ich sage immer gerne wieder und jetzt geht es dann auch zurück und ich hänge dann die Telefonnummer oder die Facebook Seite einfach mit dran und wer möchte der kann ja mal hier zum Essen kommen hasta luego